Das kann man unterstücken. Jungs, wir müssen mal die Bodeneinheiten zerstören. Das wäre vielleicht besser. Ich glaube, ich habe es verstanden. Erzähl das doch keinem. Wir sind hier am Verlieren, deswegen erzähle ich das jetzt. Ich habe keinen Sprint mehr. Hi. Tschüss. Mir gefällt das Spiel genauso wie Starcon. Wir brennten da schon wieder. Ach der Laser. Ich brauche keinen Motor. Der Laser kann das ohne Motor. Das ist auch schön, dass der Laser auch mal einen Treffer landet. Dass der Laser auch mal einen versenkt. Man darf mich jetzt dafür gerne schlagen. Ich komme. Wann kommst du mal vorbei? Oh, bei mir überhitzt gerade alles. Den habe ich da gerade reingeschoben. Das heißt, dass es hier heißt. Das sind heiße Kommentare. Oh, fast überlastet. Ich bin heute nicht ausgelastet. Erzähl uns bitte nicht mehr. Nee, ich mache die ganze Zeit eine solche schlechte Witze. Oh nein, er zerstört. Hey, da soll ich töte dich jetzt. Mach das mal. Der Schöne ist, diese Bufour hält relativ viel aus. Ja, weiter dran. Ich habe gehört Verbindungsabdrift. Das ist auch immer sehr gut, ne? Oh, ich habe einen Flieger hinter mir zerstört. Du hast meinen Piloten ausgeschaltet, du Idiot. Schön. Alter. Jetzt heißt es wieder, warum ich die Bufour so mag. Ja, du Wichser. Warum? Blau sind unsere Bodeneinheiten, ne? Blau sind unsere Bodeneinheiten. Ja. Wir müssen alles Rote zerstören. Beziehungsweise, ihr seid die Gegner. Also, ihr müsst die Blauen zerstören. Achso, der ist schon kaputt. Huch. Hä? Nein, für die Gegner. Abgestürzt. Okay, wir haben die Runde verloren, Jungs. Oh nein, hält zerstört. Sehr schön. Ja, weil ich alles zerstöre. Nein, komm. Stimmt überhaupt nicht, ich habe auch was zerstört. Ich habe mein eigenes Leben. Wow. Sei nicht immer so fies zu mir. Wer war nochmal der mit dem Bisky vorhin? Sag mal, dreh ab, dreh ab. Nein. Du komm da her. Nein. Treffbar. Das war meine Flügelhecksteuerung. Jetzt bin ich leider manöbrierung. Oh, Flugzeug zerstört. Was zur Hölle? Ich habe abgedreht. Ich liebe diesen Flieger. Ich liebe diesen Flieger. Ich habe abgedreht. Mein Rumpf hat in dein Gesicht geschaut. Bofor. 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 Kann man irgendwie abbremsen? Bofor. Ich habe einen Spritleck. In den Boden fliegen. Da bist du ganz langsam. Bofor. 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 Bestes Flugzeug. Leider stört sich so langsam ab. Ach ne. Schön, es geht weiter. Wir haben verloren. Achso. Man kann. Okay. Wir machen Best of the Flugzeug. Best of the. Best of free. Ja. Bisher hat mir der Bomber am besten gefallen. Diesmal war ich besser. Auch wenn ich nichts getroffen habe. So, ich mache jetzt eine andere Map. Man bekommt dafür aber gar keine Punkte. Letztes Mal letzter, diesmal erster bei uns im Team. Schön. Vom Anderes Map und äh. Anderes Map, ja. Machen wir Anderes Map. Machen wir Anderes Map. Anderes Map. Und nur Bodeneinheiten. Nein. 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 Das will ich jetzt auch mal sehen. Ja Bodenheit machen wir danach. Möchtest du Grundlagen kurz abschließen? Ähm. Gerade schlecht. Von der Idee her ja, aber jetzt gerade nicht. Ne, danke. Alle mal auch bereit machen. Warte mal. Erstmal Fahrzeuge wechseln. Darf ich breit sein? Ja, wir machen ja noch nicht Bodenangriff jetzt, ne? Ich darf's doch. Nein. Zweimal Luft, einmal Boden. Nein, nein. Und dann einmal Luft, einmal Boden. Einmal Boden. Was nun? Bei mir steht immer noch Mission Bodenangriff Stiningrad. Ja, nochmal wollen wir das aber nicht machen. Nein, ich suche da noch ein anderer aus. Ja, mach das mal. Anderes. Anderes? Anderes? Anderes Mission. Machen wir diese, äh, was gibt's denn da für Kilokaden? Die eine in den Bergen ist geil oder die in dem, äh... Ja, mach mal. Ah, Jordan. Pelilio. Fliegt mir nach Pelilio. Also Kinder, Bodeneinheiten oder nicht? Riechischer Wein. Nein. Dagegen die Bodeneinheiten. Erstmal, erstmal weitermachen. Wir machen danach Bodeneinheiten. Okay. Okay. Ihr wisst schon, dass wir ein begrenztes Zeitlimit haben, ja? Weißt, Zeit war eins. Best of three, man. Komm damit klar. Komm mal. Zeit ist relativ. Alles ist relativ. Außer die Gravitation um deine Mutter. Wir warten auf Glasreihe. Und auf Iris. Das ist sogar sehr tief. Und jetzt warten wir nur noch auf Iris. Achso, ich hab noch nicht bereit geklickt. Ja, dann mach mal. Neulich kam eine Frau um ein Schuh gefett. Schuh gefett. Schuh gefett. Schuh gefett. Kack. Neulich. Die war so fett, dass drei kleinere Frauen in ihrer Umlaufbahn schwebten. Ich liebe Al Bundy. Du bist so gut vor. Al Bundy ist einfach der Beste. Oh, jetzt darf ich Flugplätze abballern. Yay. Ne, ne. Kann man besser landen. Dann muss man landen. Ich wusste gleich, dass man landen kann. Ne, man musste relativ langsam werden und dann ist automatisch ausgefahren worden. Meine musst du selber ausfahren. Ich weiß noch nicht mal, wie man langsam ist. Also meine kann man gar nicht einfahren. Bodeneinheiten wären voll gut gewesen. Lensern kann man nicht einfahren. Ja, der ist immer da. Alter. Junge. Junge. Na, ist glaub ich da unten. Wer soll mich verkacken? Mich verkacken? Wo fliegst du hin? Wovor, meine Freundin? Wovor? Ich hab keine Bremsklappen. Wieso nimmst du auch einen Jäger? Ich hab einen Tipp bei mir. Weil er der Jägermeister ist. Ich hab auch keine Raketen. Nein. Weil ich hab ja schon ein bisschen gespielt. Ich hab so viele tolle Flugzeuge. Aber wovor ist schon ein sehr schönes Flugzeug. So, okay. Ich hätte so viel dran sein sollen. So, ich lande. Na komm, na komm, na komm, na komm. Ich lande? Ich lande vielleicht? Nee, nee. Ich bin gelandet. Ja. Und lebst du noch? Sie müssen nicht stehen bleiben. Also ich bin gelandet und ich hab keinen Rotor mehr. Aber ich... Du bist gelandet. Du bist gelandet. Der Adler ist gelandet. The Eagle has landed. Haben wir B jetzt schon eingenommen? Ja. Und... Ich lass mich kurz kommen. Peppa, vorsichtig sind sie, ist der Einfluss. Muss man eigentlich irgendwie da rüberfliegen oder wirklich stehen bleiben? Also ob wir landen. Wir mussten in der Höhe. Oh, ich hab dich schnapp geschossen. Ah, die schießen auf mich. Das hab ich irgendwie nicht gerechnet. So, die schießen auf mich. Soll die mal schön lassen. Hab ihnen doch nichts getan. Ich wollt's ja auch noch abschießen. Gern geschehen. Kann ich da unten auch... Ich mach jetzt mal die Ohren packen. So. Was macht der Wüste mir lustig? Sauber. Gegen bei denen sie schmutzig lachen. Was zur Lust da gerade passiert? Na sie. Ich hab den Vorschlag. Ich bin dafür, wir malen uns jetzt grün an. Nein, wir malen uns grün an. Also wir malen uns grün an. Wir machen unsere Flugzeuge rot. Das ist schon wieder. Gegen den Malvorschlag. Sehr schön. Ich bin auch gegen den Malvorschlag. Ich bin auch gegen den Malvorschlag. Wir haben den in den Poden. Sehr gut. Wir haben den in den Poden. Jawoll, ich brenne nicht mehr. Säf den Powerchen zu Hoden. Äh, Poden. Das ist schön, es sind ein paar neue Sachen dazugekommen. Ich hab mal ne Frage. Wenn wir ihn zu Poden werfen, hat das was mit Lobo-Poden zu tun? Oh, nein nein nein. Geh wieder nach oben. Geh wieder nach oben, Flieger. Ich denke nicht, Erl. Komm schon, Enti. Ich krieg dich. Naja und Mia. Ich kann fliegen. Heute gibt es Ente zum Abendessen. Den klau ich dir jetzt. Ja, 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 komm schon, ich will ihn haben. Ich will ihn, ich will ihn. Kitscher-Treffer, Kitscher-Treffer. Ja, ja, weiter, du. Toll, Fliegel abgerissen. Mensch, Lukas. Unfair. Flieg mal gescheit. Ich bin so gut. Schön. Das Wasser ist schön. Das Spiel ist generell ganz schön. Ja, das Spiel ist also für Re2Play. Du kannst nicht immer alles, nur weil es Re2Play ist direkt negativ ansiehe. Ja, doch. Es hat immer den negativen Beigeschmack. Dothar, Loll. Sehr oft. Ja, du magst keine MOBA, es waren schlechte Beiges. Sag ich doch, was? Alter. Aber du hast zum Beispiel hier auf den Schiebchen. Lass denn wieder abschießen? Ach nee, hab irgendeine Chance gekriegt den Treffer gemacht. Ja, auf mich. Oh, sehr gut. Nicht gut. Das will ich mal eben abkühlen, ne? Tschüssen. Hey, hör auf. Wer ist gerade in mich reingeflogen? Wer ist gerade in mich reingeflogen? Ach, Lesser, du hässlicher. Ich, der Drachenbursche jetzt tot. Da war was für ein Hektisches. Das ist kann. Kaputter Draschen, Draschenbursche. Verdammend. Rachenbursche. Mano, gemein. Wie Rachenbursche. Weißt du, er campt in Shootern, campt, wenn du, dann fliegt man jetzt hier in den Rhein. Du dreckige. Evil, du Bastard. Was denn? Ich wollte gerade deine Schiffe zerstören. Ja, hab ich gesehen. Bastard. Och Kinder, pass doch mal ein bisschen auf. Das meint ihr Teamerobert.A. Ja, dann lass mal. Ich bin am Weg. Ja, du bist auf dem Weg. Easy. Jetzt bin ich, jetzt bin ich. Easy. GGVP. Also, es dauert noch ein bisschen, bis wir da alles erobert haben. Die Schiffe sind total nutzlos. Nee, sie haben Punkt A erobert. Ach so, gut luck, Herr Pfann. Vogel. Gut luck, Herr Pfann. Aber weil du fliegst, kannst du nicht einfach so ein Vogel sein. Das geht nicht. Ich bin ja mal ein schöner Vogel. Nee, bist du nicht. Das ist nicht so. Kacka, du, aber ein alter. Du bist federlos und fett. So, ich flieg jetzt unter der Brücke durch. Federlos durch die Nacht. Wie kann man da raus suchen? Wuhu. Schöner Trick. Das war kein Witz. Das war ein Lied. Ja, da soll ich jetzt nichts. Weißt, was die auf dem Lied reiben? Nein, bitte sag. Nein, schon Pilot ausgeschaltet. Ihr schafft es nicht, meine Flugzeuge kaputt zu machen. Ihr macht nur meine Piloten kaputt. Ja, wir machen halt das, was wichtig ist. Hedge off, bitch. Hedge off. Wir haben doch eh gleich gewonnen. Iron Fist. Nein. Sieg ist unser. Ich habe gedacht, der Boden sei weiter weg. Hab ich gesehen. Ab nach Hause. Das war ein sicherer Sieg. Ja, man. Easy. Easy GG. Noob. Ein bisschen kurzes Spiel. EP. Das bringt einfach gar nichts an EP, das Spiel, oder? Easy Rare, Easy Life. Nein, weil wir auch nicht. Nur die öffentlichen Spielen bringen. Öffentlichen Spielen. Eigener Platz im Team. Eine Eroberung hat den Sieg gebracht. Boden. Boden. Boden ist langweilig. Ja, jetzt machen wir Boden. Ich will Boden sehen. Was? Boden? Bodensee? Ja, und wo? Ich habe noch nichts für den Boden. Ein Boden. Also ich weiß noch nicht genau. Also erstmal Fahrzeuge wechseln. Was? Aber was? Ich habe nur ein Panzer. Wie kann man das machen? Ich habe einen Panzer. Hätte soll es zwei Panzer haben. Wie kann man Fahrzeuge wechseln? Unten hast du die Leiste. Ja. Und da klickst du dann auf deine Fahrzeuge. Und dann sagst du Fahrzeug wechseln. Und dann packst du einen Panzer rein. Nasai. Wir haben einen Vollprofi dabei, ne? Der will das erklären und du unterbrichst ihn einfach. Ich würde mir... Kann ich mir einen neuen Panzer kaufen? Wo gibt es denn da Panzer? Wo kann ich mir einen neuen Panzer kaufen? Kann ich mir auch schon einen neuen Panzer kaufen? Du gar nicht. Ich finde gut, dass wir Peppys dabei haben. Wenn ihr in dem Auswahlbildschirm von den ganzen Flugzeugen seid, könnt ihr ober auf her umstellen. Wuch, was mache ich jetzt? In diesem Kurs lernst du, wie du mal ein Gefecht bewiesen hast. Geht allerdings nur bei den Deutschen, bei den Russen und den Amis. Ich habe Russen. Ich habe Deutsche. Russland. Wo geht das? Madrasja. Der Katze sehr erfreut. Jetzt fahren Panzer. Ja, 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 ja. Ich bleibe bei den Flugzeugen. Ich checke nicht, wo ich nicht... Ja, ich checke auch nicht. Unter Umständen kriegen wir es auch hin, dass wir Panzer und Flugzeuge im gleichen Kampf haben. Ich fülle Flugzeugs an. Das ist ja voll langweilig. Das sind viel zu wenige dafür. Habt ihr alle Panzer ausgewählt? Ich habe keine Ahnung, wie man es auswählt. Bei mir ist ein Panzer zu sehen auf jeden Fall. Unten ist so eine Leiste. Da sind deine drei Flugzeuge. Vier. Vier vielleicht. Gut, dann klickst du auf einen drauf. Ja. Dann steht auf Fahrzeug wechseln. Dann klickst du auf Fahrzeug wechseln drauf. Und dann ist ein Panzer zum Auswählen. Ich mache hier gerade schon das Panzer-Tutorial. Ach, da ist ein Panzer. Panzer. Ich begrüße sie. Fangen wir gleich an dann, oder sollen wir das Tutorial noch machen? Wir fangen gleich an. Wieso? Ich würde gerne das Tutorial machen. Nein. Junge, er bringt dir dabei, wie du vorwärts, rückwärts fährst und wie du das Ding abfeuerst. Ja, richtig. Das könnte sogar durchaus hilfreich sein. Ach, scheiß Ding. Besser wird es eh nicht. Eben. Was soll denn das heißen? Ich glaube, ich werde gleich nochmal einladen, oder bin ich noch drin in der Gruppe? Du bist noch drin. Okay. Peppy, hast du ready? In eine Sekunde. Jetzt. Sag mal, kennst du Peppa Ann? Peppy, kennst du Peppa Ann? Ich habe den Spitznamen schon zu lange. Kennst du Peppa, Jack? Nein, aber kennst du Peppa Ann? Irgendjemand hier muss doch Peppa Ann kennen. Genau, Peppa Jack. Ich kann Pepparidge machen. Peppa Ann kennen. Peppa Jack ist ein Skyler. Ja, das war so eine Comicserie, die früher morgens lief am Samstag. Oh, Läsor, mach doch mal weiter. Läsor. Oh, Läsor. Oh, Läsor. 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 So, ich wette... Einst war dieses Land ein liebender Apfelgarten, doch der Krieg hat auch nie einzugekunden. Und der einst so angenehme Geruch von süßen Apfel ist den Gestank von Rauch und Asche gewichen. Ich kann es nicht nach Bratapfel grillen. Das ist schön vorgelesen. Wenn wir Bratapfel grillen, fängt die Stimmung an. Oh, ich kann so ein Flugzeug auswählen. Kein... Ja. Geht schon. Oh, Läsor, was hast du getan, Läsor? Oh, Läsor. Oh, Läsor. Oh, Läsor. Oh, Läsor. Läsor hat die beste App genommen, die einzige, wo man keine Panzer annehmen kann. Ne, besser. Läsor, ich liebe dich. Okay, das geht mir jetzt schon wieder zu weit. Oh, Läsor, ich hasse dich. Besser. So, lass uns das schnell wegmachen hier. Bei mir ist unten das Feld ziemlich kariert. Ist das bei euch auch so? Ja, das nennt man Felder. Ihr darf doch einfach verlassen. Ach, das muss man so gut denn. Nein. Ich mein so... So in ganz viele gleichmäßig große... Ja, das nennt man Felder. ...Quadrate. Es ist schwachsinnig, dass die zu Ende zu spielen. Also bei mir ist am Boden kein Schachbrett. Bei mir ist ein Schachbrett. Bei mir nicht. Warum bin ich... Du bist auch so ein Schachbrett. Und solange du kein... Drück mal Escape und dann geht er auf. Wirklich? Nein. Meine Güte. Meine Brat, Max. Mann, ihr seid doch scheiße. Feierabend wie das duftet. 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 Dafür kriegen wir jetzt wieder einen Euro. Ich wurde aus dem Schlachtfeld entfernt. Kenn das Gefühl. Alter. Das war der Euro. Ja, ich wurde sogar aus dem... aus dem Dings hier rausgeschmissen. Ja, ich habe da eingeladen. Hast du das? So, jetzt... Jetzt will ich mir aber auch ein neues... Wo kann ich jetzt ein neues Fahrzeug kaufen? Im Startbildschirm. Du kannst gar nichts kaufen. Du wurdest von dieser Sitzung... Spielsitzung verbannt. Fick dich, Lesser. Alter. Okay. Okay. Danke. Alles Lesser schuld. Na ja, erster Mod. Also ja. Warum... Warum sind wir jetzt alle wieder rausgegangen? Warum... Lesser hat uns alle rausgeschmissen. Ja, aber Lesser ist selber nicht mehr mit drin jetzt. Ja, Lesser ist ein Depp. Ja, Lesser ist ein Depp. Lesser, was machst du schon wieder? Lesser lad uns ein. Lass uns mal auf jemand anderen rumhacken, ja? Nazrael. Wieso mich? Mach mal ein Spiel auf, Nazrael. Mach mal ein Spiel auf. Nicht mit meiner Leitung, Vogel. Glaub ich, da ist egal, die Leitung. Oh, Lesser ist da eingeladen. Mensch, Lesser lad doch endlich ein. Lesser ist voll der Beste. Lesser ist der Beste. Lesser ist der Beste. Dankeschön, Lesser. Alle kennen jetzt das Standard-Passwort. Das hat er auch überall auf seinen Porn-Seiten. Warum fällt mir jetzt gerade Spaceballs ein? Weil wir an Pornos denken und es um Balls geht. Welcher Mensch würde ein Kopper mit so einer blöden Kombination sichern? Danke. Eins. Zwei. Zwei. Drei. 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 Er hat unser Radar verschmiert. Marmelade. Edbear-Marmelade. Meine Lieblings-Marmelade. Ich würde gerne einfach... Ich glaube, bei mir läuft irgendwas schief mit der Mannschaft. Die ist wahrscheinlich noch im letzten Spiel, das kommt öfters mal vor. Man kann auch neutral sein mit Weiß oder was ist das dann? Nein, nein. Dann spielt es einfach nicht mit. Achso. Klingt nicht verlockend, oder? Ich dachte, man könnte auch zu dritt einfach so, was weiß ich, einfach zwei, einfach gegen alle. So, dann müssen wir jetzt unbedingt wieder Panzer spielen, oder? Wieder? Wieder Panzer? Das ist so scheiße. Ich hasse dich auch, ganz toll. Kackpanzer, ey. Irgendjemand von euch muss jetzt noch ins blaue Team kommen und einer muss ins rote. Gut gesagt. Es ist immer noch Stern-Team und Kreuz.